Was geht meine Freunde des besten Musikgeschmacks hier auf diesem Planeten, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, da bricht der Nacken, wir werden sehen, ob bei dieser Band, Yeluka, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit Black, unser Nacken bricht oder nicht, wieder eine Band aus Japan, eine Band, die mir empfohlen wurde von einem Communitymitglied, Danke geht raus und ich bin gespannt, liebe Freunde, ich habe keine Ahnung, die Band ist auch nicht so bekannt, wie ich gesehen habe, ich glaube, die haben knapp 100.000 Streams auf diesem Song, ich weiß ja nicht, es hat mir nur eine Person empfohlen, ich habe gedacht, okay, komm, wir geben ihm eine Chance, Christopher, Christopher irgendwas, danke auf jeden Fall dafür, ich bin gespannt, liebe Freunde, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, außer Kopfhörer auf und go, würde ich sagen, oder? Drei, zwei, eins. Nur mal direkt laut, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ist das jetzt geil? Ist das jetzt Schmutz? Oh, okay. Oh, was geht hier ab? Das habe ich nicht erwartet. Digga, ich muss das nochmal hören, es tut mir leid, wir gehen nochmal komplett, komplett zurück. Haltet euch fest, Digga. Das habe ich nicht erwartet, Digga. Nee. Wie nasty. So ein bisschen Gothic-mäßig angehaucht, kann das sein? Ich habe gerade einen geilen Vergleich. Ist das etwa das japanische Motionless in White, kann das sein? Geil. Auf die Synthies. Das ist krass. Oh. Digga, was ist das? Was ist das? Was ist das, Digga? Was muss ich mir hier gerade reinziehen? Das habe ich nicht erwartet, Mann. Ich muss mir danach was anderes anziehen, glaube ich, wa? Das ist krass, was er macht. Oh mein Gott. 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 Ich komme nicht klar. Ich fahre hier rein. Digga, da passt ja mal alles. Da ist ja bis jetzt kein Part, wo ich sage, okay, das langweilt mich oder irgendwas. Ich bin sprachlos Ihr habt es wieder geschafft, Digga Oder warte mal, Christopher, du hast es geschafft, dass ich hier komplett im Arsch bin gerade, Digga Ich muss runterkommen, ich habe immer noch Gänsehaut, die sind einfach so Die stehen einfach gerade so ab Und es geht noch, da geht noch was, Digga Noch drei Minuten Oh, das Staccatomäßige Oh, das dauert sich auf, Mann Warum, tut ihr mit der Sand Was geht hier ab? Das ist doch, es besteht nur aus Breakdowns Es besteht einfach nur aus Breakdowns, Digga Da hauen die einen Breakdown nach den anderen in meine Fresse, Digga Mein Nacken geht kaputt Oh, haben die mich verarscht? Haben die es wirklich getraut? Was passiert hier, Mann? Was passiert hier? Mein Gehirn kommt nicht klar, Mann, mit sowas Ich bin ultrasensibel und ultra für sowas zu... Keine Ahnung, wie fällt das Wort nicht ein, Digga Aber mein Gehirn ist Ciao Bello, Digga Ciao Belladonna ist mein Gehirn gerade Daher ist mir der Gehirn damit ein Gehirn gegriffen, Digga Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, ich bin zu... ich bin grad weg, ne? Oh mein Gott, Digga, ich bin zu... Oh mein Gott, Digga, oh! Oh, hört auf! Digga, diese japanischen Bands, Mann! Was macht ihr mit mir hier, Mann? Was ist das für eine neue Welt, die ich hier grad entdecke, Mann? Ich bin in Hass! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich hab das noch nie gehört, Mann! Ich hab noch nie von dieser Band gehört! Und ich schimpf mich den größten Metal-Kanal auf TikTok, Digga! Der die unbekannten Bands zeigt! Und hier kommt mir mit sowas, Digga! Und hier kommt mir mit sowas... Warte! Hier kommt mir mit sowas, Digga! Ich sag, ich bin der größte Metal-Kanal in Deutschland, Digga, auf TikTok! Und hier kommt mir mit sowas... Und hier kommt mir mit sowas... um die Ecke, Digga! 95.000 Aufrufe! Noch nie gehört! Noch nie gehört, Digga, Mann! Und so gut! Professionell! Alles sitzt! Ich liebe Breakdowns! Damit habt ihr mich... Mit Breakdowns und geilen Grooves habt ihr mich direkt am... Fast ehrlich gesagt, Digga, am Sack einfach, Digga! Ich muss erstmal... Ich muss kurz mal hier... Ich muss erstmal kurz klarkommen, Digga, Mann! Weil das... Ich hab gedacht, ah! Mal hier so eine neue japanische Band mal abchecken, die relativ unbekannt ist, weil ich mag unbekannte Bands! Und wenn die auch noch gut sind, mega geil, dann pusht man die natürlich! Deswegen mach ich auch meinen TikTok-Kanal und so, Digga, aber... Ey! Das ist... Das führt zu nix! Das führt zu nix! Warum... Warum rede ich hier noch weiter? Leute! Wenn euch dieser Song gefallen hat... Supportet diese Leute, weil sie die noch nie gehört haben! Checkt mal aus! Ich werde... Ich werde definitiv auch mal Spotify und alles abchecken! Beziehungsweise... Wenn die noch mehr Songs haben, reagiere ich hier darauf! Und höre sie mir natürlich nicht vorab an! Aber die Socials... Die Socials von den... Mein Gott, Digga! Mein Gehirn ist Ciao Bello, Digga, gerade! Socials werde ich abchecken! Leute, wenn es euch gefallen hat, mir auch ein Abo dalassen! Daumen nach oben! Glöckchen an! Ich glaube, das wird eine Wonne, dieses Video zu schneiden! Das habe ich nämlich nicht... Das habe ich nicht kommen sehen! Da habt ihr mich richtig... Erwischt! Fuck! Leute! Bis zum nächsten Mal, Alter! Liebe... Fuck! Nee, Alter! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!